Alles cool. Ich habe wieder vergessen, in welche Richtung ich muss. Aber ich will mal vielleicht zu der Ansiedlung fahren. Das ist eine gute Idee. Fahren wir mal zu der Stadt da vorne. Bis dahin haben uns die Leute hoffentlich auch in Ruhe gelassen. Ah, wir sind wieder on the way. Irgendwo müssen wir mal einen Flughafen oder so finden. Das wäre ganz praktisch. Aber ich muss sagen, in der Dunkelheit ist das Spiel echt noch ein bisschen hübscher. Oh, das sieht aus wie eine Militärstation oder so. Ich nehme mal den Heli, ja? Ich glaube, das war noch nicht der Plan, dass wir hier in so ein schwer gepanzertes Gebiet gehen. Aber das ist mir jetzt egal. Der Heli sieht gut aus. Dann dreh dich mal, Heli. Dann kommen wir mit dem Heli auch irgendwie voran. Ja doch, geht doch. Oh. Habt ihr den gesehen, den Jet? Das wäre natürlich uncool, wenn wir jetzt von einem Jet abgeschossen wären. Halten Sie durch! Die Verstärkung ist gleich bei Ihnen! Oh, ich sehe noch mehr Helis. Unter mir ganz viele Fahrzeuge. Ich glaube, der eine Heli hat sich hinter mich geklemmt. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss drehen. Schneller drehen. Schneller drehen. Schneller drehen. Schneller drehen. Wo ist der Heli? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn auf dem Radar. Ich weiß nicht, wo er ist. Kurz nachgucken. Wo ist er? Das ist ja unglaublich. Ich sehe den nicht. Da. Äh. Oh nein, ich habe mich fallen gelassen. Oh Gott. Da. Oh, ich glaube, der ist tot da drin, oder? Ne. Der lebt noch. Der hatte nur so eine komische Anformalung. Pech für dich, Kompadre. Ja, oder mal den Heli? Wo ist eigentlich mein anderer Heli? Ob der noch da ist? Man weiß es nicht. Egal. Wir wollen jetzt mal langsam wieder zurück zu unserem ursprünglichsten Ziel. Hahaha. Ich frage mich, ob man hier überhaupt vernünftig speichern kann. Was gibt es denn hier so für Waffen? Da haben wir Geschütze. Schade. Was ist denn mal mit Raketen, Leute? Oh, was haben wir denn da? Habe ich es erwischt? Wir haben Kampfanschläge in diesem Sektor. Ohne Versagerung. Sofort. Ja, Siggi. Da ist es down gegangen. Boah, schneller kann das Ding hier nicht fliegen, ey. Das kann ich mir doch nicht vorstellen. Langsam ist es die Scheiße. Das ist nach vorne beugen. Doch, offenbar geht das echt nicht schneller. Das ist ja der Hammer. Ich hätte den Flieger mir besser einverleiben sollen als alles andere. Ja, jetzt sind wir hier so über den Bergspitzen. Ist das nicht schön? Ist das nicht wundervoll? Guck mal, durch diese Regenanimation und so will mir das Spiel vorgaukeln, als wenn das hier schnell wäre. Aber das ist nicht schnell. Oder das mag sein, dass das in KMH vielleicht schnell ist. Aber die Map ist so riesig. Was ist das denn da unten? Das sieht ja interessant aus. Da möchte ich doch mal kurz Hallo sagen. Gehen wir doch mal ein bisschen down. Sieht schon ganz cool aus hier oben. Sieht aus, als könnte hier irgendwie so ein James Bond Bösewicht sich niederlassen und von hier aus seine Weltherrschaft planen. Oh, da sag ich mir nicht, dass hier wieder irgendeine Party-Location ist. Oh nein, fahren die Autos durch die Gegend. Das ist ja auch schon mal was. Das ist ein Hotel. Das ist ein ganz normales FS-Hotel. Das ist ja voll geil hier, ey. Hier will ich auch mal Urlaub machen. Also man ist nicht weit davon entfernt, von der, von der Dschungelinsel. Ich muss überlegen, ob ich jetzt mit dem Heli weiterfliegen will oder ob ich mir einen Autosnack. Bin mir noch unsicher. Der Heli ist wahrscheinlich schneller. Aber Auto ist auch cool. Eigentlich will ich ein Auto haben. Da oben sehe ich doch eins. Auf der Map zumindest. Wo ist denn das? Ach, weißt du was? Boah, wir sind aber auch noch hoch gewesen, ey. Ola, die Waldfee. Da sind sogar ganz viele Autos. Ich glaube, der Heli macht über mir gerade voll den Abgang. Ich glaube, der Heli ist down. Loll. Loll, ich habe euch doch gar nicht angefangen. Angefahren. Boah, was soll die Scheiße. Okay. Wir müssen mit dem Auto erstmal einen Abgang machen jetzt hier. Loll. Wie haben die mich denn jetzt gerade noch getroffen, ey? Egal. Diesen Hang, ey, runter. Oh. Scheiße. Oh. Okay, ich glaube, das Ding ist für den Sack. Nur so eine Idee. Hm. Ich nehme keine Anhalter mit. Ich will ein Moppet. So eine Vespa. Oder nee. Boah, ist so laut. Aber schnell. Boah. Schneller, als man denkt. Boah. Boah, könnt ihr nicht mal mit einem normalen Motorrad fahren? Mann, ich will euch eins abnehmen. Ah, das sieht jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell aus. Das sieht schneller aus. Oh. Oh, was eine Maschine. Das sieht echt schnell aus. Oh, Scheiß. Na, jetzt muss das auch nochmal schnell werden. Das glaube ich dann auch. Na, scheint doch mehr so ein Cruiser-Ding zu sein, würde ich mal sagen. Weil so wahnsinnige Geschwindigkeiten bekommen wir gerade nicht. Gebatten. Wobei das immerhin noch so schnell ist, dass ich nicht wirklich sehen kann, welche Autos gerade an uns vorbeifahren und ob die interessant sind für uns. Gute Kurvenlage. Kann man sich mit anfreunden? Kann man ja mal ein bisschen schießen. Na, kann man. Ist ja witzig. Hui, 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 hui. Oh, was haben wir denn hier fallen? Ich bräuchte mal kurz seinen Wagen. Oh, nein. Mal jetzt ein bisschen überzwingen. Stop shooting. Alter, ohne Scheiß. Die Shotguns, die klingen einfach nur abgefahren. Aber ich will die Statue hier runterholen. Aber ich habe das Gefühl, dass das Ding nicht gut genug dafür ist. Okay, ich muss ein bisschen an Lauf nehmen dafür, glaube ich. Jetzt aber. Komm, das ist ein Kombi. Ja, das hat sogar geklappt. Du geistert. Oh, Leute, geht mir doch nicht auf die Projones, ey. Oh, das war nicht das Ding, was ich haben wollte. Das wollte ich haben. So sieht es denn hier aus. Okay, erstmal wegen einer Taxi fahren. So. Jetzt haben wir das militärische Motorrad. Das muss da wohl mal was können. Aber sehr schön, wie das Auto erst die Statue nicht mehr gekriegt hat. So, fahren wir doch mal hier raus aus dem Gefahrenbereich. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich gerade bewege, ehrlich gesagt. Ah, guck mal, hier war die Rennherausforderung. Hä, gibt es denn keine Schnellreisefunktion? Wegpunktsetzen gibt es aber. Das ist natürlich auch gut. Da muss ich hin. Aber keine Schnellreisefunktion finde ich krass. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn man jetzt... Oh, was ist das? Nee. Ich meine, wir sind ja hier ausgekommen. Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass wir wieder bis da zurück müssen. Naja, vielleicht ist das ja der Plan. Dann vielleicht... Oh, guck mal. Guck mal, wir kriegen hier sogar Pfeile so auf der Straße. Oh, da war gerade ein Quad. 9,2 Kilometer ist das ja nur. Folgen wir doch einfach mal dem Nami so ein bisschen. Ho, ho. Das wird schon ein bisschen schnell. Fuck, ey. Aber so als Rennspiel funktioniert eigentlich auch. Jetzt ein Jet. Jetzt ein Jet wäre nicht schlecht. Wobei, mir fällt gerade ein, wenn man so nirgendwo landet, hätte man... Also kriege ich jetzt hier einen Alarm. Wir haben Kampfhandlung in diesem Sektor. Nix da. Ohne Verzögerung. Sofort eingreifen. Am Arschkampfhandlung. Was soll denn das? Aber ich hätte natürlich den Typen rufen können, der uns dann ein Auto gebracht hätte oder so. Aber halt leider nur nix zu fliegen. Aber da stimmt. Ich hätte natürlich den Schwarzhändler holen können. Egal, fahren wir ein bisschen durch über... Durch über Panau. Mit dem dicken Ding. Was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt von hier aus einfach mit dem Fallschirm abspringen? Boah, das geht ganz schön weit. Und wir kommen wieder auf unser Motorrad raus. Geil. Fisch gut. Oh, das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Wirst du nur so ne Vermutung? Ich glaube, mein Motorrad ist direkt explodiert. Scheiße. Gekühlte Köstlichkeiten aus dem Reich der Insekten. Boah, das gekühlte Köstlichkeiten... Gekühlte Kondinarische Leckerbissen zu fairen Preisen. Kann ich hier queffelt ein? Wobei, da muss ich natürlich... Wobei, man könnte ja mal was ausprobieren. Das schnelle Bewegen mit dem Fallschirm muss ich ja sowieso lernen. Ja, erstmal gegen so ein Ding fahren. Das ist natürlich saugut. Okay, wir müssen jetzt so einen Berg hoch mit einem Fallschirm. Dafür sind die Dinger natürlich absolut ausgelegt. Egal, das Einzige, was wir brauchen, ist quasi Geschwindigkeit. Und das reicht eigentlich schon. Komm schon, ich will doch nur den Baum da vorne anvisieren. Oh, oh. Ich habe ja das Gefühl, dass die Idee nicht so gut war. Ich sehe nichts! Oh Gott, oh Gott. Und wir landen. Scheiße. Oh Mann, ey. Egal, so. Oh, geil. Ich glaube, der Fallschirm ist ein bisschen überfordert. Ja, man kommt zumindest schneller voran. Aber das ist mittlerweile eine Steigung. Ich könnte natürlich auch einfach nur den Greifhacken nutzen. Ja, das funktioniert doch schon mal ganz, ganz okay eigentlich. Ach, scheiße. Ja, so muss das laufen. Genau so. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Oh, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder ausgekommen? Ich sehe das schon wieder auf der Map. Oh, langsam müssen wir den verkackten Berg doch mal erklommen. Ja, okay. Sehr gut. Was soll mir denn hier fallen? Boah, ich treibe mich aber jetzt hier schon am Anfang wieder rum, ey. Oh, da ist ein Helikopter-Landeplatz mit ein bisschen Glück. Ist hier ein Helikopter? Vielleicht aber auch nicht. Sieht auch aus wie bei so einem James-Bond-Bösewicht-Ding.